malzeit freunde mini 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 minimale live simann kündigung heute abend 21 uhr nicht 20 uhr 21 uhr twitch.tv slash mcmanus wir machen heute its 2 multiplayer und zwar zusammen mit nordrhein tv play die machen da so ein mega konvoi und alles unter haben sie mir eingeladen und habe ich gedacht ja machen wir dementsprechend mit aber wie gesagt erst ab 21 uhr auf twitch.tv slash mcmanus ihr könnt natürlich auch mit fahren autofokus auf doom ja alle infos dazu sind mal in der video beschreibung da habe ich euch mal das erste und das zweite video von anska aka nordrhein tv verlinkt der erklärt alles wo ist der startpunkt was müsst ihr beachten wo geht es hin bla 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 alles in der video beschreibung die zwei videos gehen nicht lange glaube ich insgesamt zehn minuten oder so wenn mich nicht alles täuscht mal in ruhe angucken dass ihr dann heute abend auch ohne probleme und ohne irgendwelchen stress oder schwierigkeiten oder ärger mitfahren könnt wenn ihr dementsprechend wollt ansonsten würde ich sagen wir sehen uns dann um 21 uhr auf twitch.tv slash mcmanus und das soll es eigentlich schon gewesen sein so unspektakulär ist das ganze tschüss und das soll es eigentlich schon sehen wir uns dann anschauen wir uns dann um 20 uhr auf